Ich freue mich, Ihnen nun den Vorstandsvorsitzenden der Marke Volkswagen, Herrn Dr. Herbert Diess, ankündigen zu dürfen. Herr Diess, darf ich Sie auf die Bühne bitten? Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren und herzlich willkommen bei der Marke Volkswagen. Wenn Sie so wollen, dann bieten wir Ihnen heute gleich zwei Weltpremieren. Erstens darf ich Sie zum ersten Mal als Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen begrüßen. Es ist mir eine große Ehre. Zweitens und sehr viel wichtiger, präsentieren wir Ihnen heute ein Auto, das in vielerlei Hinsicht richtungsweisend ist, den neuen Tiguan. Seit seinem Start im Jahr 2007 hat der Tiguan eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Über 2,6 Millionen zufriedene Kunden Deutschlands erfolgreichster SUV. Und neben Golf und Passat schon heute die weltweit dritte starke Säule der Marke Volkswagen. Das ist der Tiguan. Mit der zweiten Generation wollen wir diese Erfolgsgeschichte fortsetzen. Und ich bin überzeugt, der neue wird gefragter sein denn je. Sie werden es gleich selbst erleben. Der Tiguan ist einfach ein faszinierendes Auto und ein echter Volkswagen. Innovativ, bezahlbar und nachhaltig. Und zudem wunderschön. Mein Dank geht an dieser Stelle an Herrn Dr. Neusser und sein Team. Sie haben ganze Arbeit geleistet. Meine Damen und Herren, der Tiguan beweist es, Volkswagen ist eine starke Marke. Eine Marke mit stolzer Historie. Eine Marke mit großartigen Fahrzeugen. Mit einer großartigen Mannschaft und vor allem mit einer großartigen Zukunftsperspektive. Das gilt auch und gerade für den Wandel in der Automobilindustrie. Digitalisierung und Elektrifizierung werden unsere Branche komplett umkrempeln. Und das innerhalb kurzer Zeit. Wir bei Volkswagen freuen uns auf diesen Wandel. Denn unsere Marke hat alles, um sich an die Spitze der Bewegung zu setzen. Und sie hat alles, um ihre technologische Führungsrolle im Volumensegment kraftvoll auszubauen. Volkswagen, das heißt Innovationen für alle. Und genau dieses Versprechen werden wir auch bei den großen Zukunftsthemen einlösen. Mit dem Connected Car für alle. Mit cleveren Mobilitätsdienstleistungen für alle. Und natürlich mit dem Elektroauto für alle. Schon heute hat keine Volumenmarke mehr Elektromodelle im Programm als Volkswagen. Und wir legen nach. In Zukunft wird Volkswagen in jeder Kernbaureihe Plug-in-Hybride anbieten. Natürlich auch beim Tiguan. Damit machen wir GTE endgültig zum Inbegriff für Effizienz und Fahrspaß. Unsere Entwickler arbeiten zudem an einer Vielzahl von Zukunftstechnologien, die das Elektroauto noch komfortabler und attraktiver machen. Darunter auch intelligente Mobilitätsdienste. Ein Beispiel ist V-Charge. Gewissermaßen die Zukunft des Ladens. Meine Damen und Herren, es wird in diesen Tagen viel über neue Player, neue Wettbewerber im Automobilgeschäft gesprochen. Über Unternehmen wie Google, Apple oder Baidu. Wir nehmen diese neuen Wettbewerber sehr ernst. Aber ich sage auch willkommen. Denn ich bin überzeugt, dieser Wettbewerb wird die Entwicklung unserer Industrie beschleunigen. Er wird sie noch besser und noch stärker machen. Allen voran die Marke Volkswagen. Wir freuen uns auf den Wandel. Vielen Dank und nun viel Spaß mit dem neuen Tiguan. Bis zum nächsten Mal.